Ich lerne Deutsch. Nummer 1152 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind froh, dass die ganze Familie in einem Haus wohnt. Wir sind froh, dass die ganze Familie in einem Haus wohnt. Trotz Internet ist es wichtig, sich auch mit Tageszeitungen auf dem Laufenden zu halten. Endlich ist es Realität geworden. Wir ziehen in unser eigenes Haus. Endlich ist es Realität geworden. Wir ziehen in unser eigenes Haus. Endlich ist es Realität geworden. Wir ziehen in unser eigenes Haus. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. Ich bin bereit für alles, was meine Muskeln trainiert und den Körper in die richtige Form bringt. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Wenn mir etwas Gutes passiert, stecke ich eine Münze in mein Sparschwein. Melanie verlässt die U-Bahn-Station und geht in die Stadt einkaufen. Melanie verlässt die U-Bahn-Station und geht in die Stadt einkaufen. Hausarbeit ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Hausarbeit ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Ich bin so stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Ich bin so stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Wir haben uns bis spät in die Nacht um den Patienten gekümmert. Die fröhliche Frau macht ein Friedenszeichen mit ihrer linken Hand. Die fröhliche Frau macht ein Friedenszeichen mit ihrer linken Hand. Es war schön, dich wiederzusehen. Davon überzeugst du mich auch mit zusätzlichen Argumenten nicht. Unser Ferienhaus hat blaue Fensterrahmen. Vor dem Fenster steht eine blaue Holzbank. Unser Ferienhaus hat blaue Fensterrahmen. Vor dem Fenster steht eine blaue Holzbank. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Es hat geklappt. Kinder ab drei Jahren können zum Fußball gehen. Kinder ab drei Jahren können zum Fußball gehen. Es geht darum, dass Kinder Spaß an Bewegung haben. Die Jungvermählten halten einen Hochzeitsstrauß mit einer Sonnenblume und sehen sich an. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Konek. 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 Untertitelung des ZDF, 2020